Juscha C660G 6MP Farbdiagnosemonitor Branchenführendes Design mit integrierte Form, Front und Rückabdeckung. Der Innenraum und das Äußere sind stark und zuverlässig. Mattschwarzes Finish reduziert die Reflexion des Umgebungslichts erheblich. Kühllöcher-Design in Form von Haifischflossen. Sehr einfach und stylisch, leistungsstark, aber leise. Der Monitor-Videoeingang unterstützt DP und DVI. Ein USB-Upstream und zwei USB-Downstream sind auch vorhanden. Im Werkdickem kalibriert, kalibrierte Helligkeit beträgt bis zu 600 Candela pro Quadratmeter. Mit 16-Bit LUT, Umgebungslichtkompensation, Farbtemperaturkalibrierung, Hintergrundbeleuchtungsstabilisierung, Vollbildgleichmäßigkeitskalibrierung ist die Bildgenauigkeit garantiert. Mit der Qualitätskontrollsoftware können Benutzer die Bildqualität einfach überprüfen und kalibrieren. Genauigkeit ist langfristige erreicht. Umgebungslichtsensoren messen regelmäßig die Umgebungsbeleuchtungsstärke. Die EcoGuardian-Funktion erkennt Personen vor dem Monitor. Der Frontsensor liest die Bildschirmparameter für die QS-Erkennung und Kalibrierung. Die Smart-Touch-Funktion kann durch Berühren der Tasten vorübergehende Erhöhung der Helligkeit für mehr Details. Die XFV-Funktion zusammen mit MarkClip können Ärzte diese Funktion verwenden, um traditionelle Röntgenbilder zu lesen, was sowohl die digitale Diagnose als auch die traditionelle Diagnose ermöglicht. Der Monitor ist mit einer Multifunktionsbasis ausgestattet. Benutzer können den Neigungswinkel, die Höhe, den Drehwinkel und die Ausrichtung des Displays vollständig personalisierbar mit der Arbeitsumgebung. Der Ständer kann auch abgebaut werden. JUSHA C630G 6MP Farbdiagnosemonitor